Wir haben gestern, glaube ich, was verpasst. Wir haben, glaube ich, gestern alle was verpasst. Wir haben gestern was verpasst. Frickin' Minecraft hat gestern einen Zwei-Stunden-Stream gemacht über, äh, über ein Update. Ein Minecraft-Update, Alter. Da weiß ich nicht, was abgeht. Da schauen wir erstmal rein, würde ich sagen. Bin ich in 21, danke dafür. Äh, danke da schön, dafür. Das erste Mal, dass ich live bei dir bin, Revi. Das ist gut. Das bleibt doch so, mein Freund. Ähm, ihr habt's gesehen. Ich hab nichts mitbekommen, aber eins in die Alge, würde ich sagen. Wir schauen mal ganz was rein. Minecraft-Live-Update-Highlights. Ich hab keine Ahnung, was uns erwarten wird. Es sieht aber wirklich wild aus. Und to be honest, ich krieg wieder ein bisschen kleinen Boner und hab Bock auf Minecraft, muss ich ehrlich sagen. Mika, danke schon für deinen Sub. Wir schauen mal rein. Auf geht's, Leute. Eins in die Alge. Wer ist er denn? Digga, wie sieht denn die Höhle aus? Was ist das denn? Wir haben ein Cave-Update. Wir haben ein Cave-Update. Das ist nicht wahr. Wir haben ein Cave-Update, Leute. Ey. Wisst ihr, was das heißt? Oh mein Gott, die Caves kriegen ein komplett neues Update. Guck mal. Die kriegen von innen ein Gebüsch und sowas, Amina. Lush-Caves. Wie geil sieht das denn aus? Wie geil sieht das denn aus? Improved Cave-Generation. Ishiros. Dankeschön, Bro, für deine 500 Bits. XSL-Toast. Mika, dankeschön für eure Subs. Kuss, Digga. Ey, wie krank sehen die Cave-Update jetzt bitte aus? Guck mal. What the fuck? What the fuck, Digga? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Boah, Junge. Ziegen? Nein. Fucking Ziegen, Bro. Fucking Ziegen in Minecraft. Damn, Bro. Die springen aber hoch. Isabel, dankeschön für deinen Sub. Mir geht's sehr gut. Dankeschön. Ziegen, die Kühe hassen. Das ist mein Vibe. Das ist mein Vibe, Digga. Patrick Maislinger, Nadine. Dankeschön für eure Subs. Und Resub. Kuss. Kuss auf eure Augen. Dankeschön. Geil, Digga. Die Ziege hat die Kuh gehopst. Geil. Minecraft Dungeons, Future DLC. Okay, wir kriegen Minecraft Dungeons. Kriegt auch nochmal ein Update. Gut, da bin ich jetzt nicht so drin. Amethyst. Geddes. Geddes. Amethyst. Jetzt neuen Minecraft. Als Kristalle. Neue Kristalle. Neue, neue. Was ist das? Kupfer? Kupfer, Junge. Fucking Kupfer. Das gibt neue Rüstung und alles. Der Diamant sieht anders aus. Guck mal. Der hat eine andere Textur. Kupferdächer. Wenn sich... Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Das verfärbt sich. Das verfärbt sich. Oh mein Gott. Wie fucking geil ist das denn? Oh, Baby. What the fuck? Wie geil. Klar, das oxidiert. Generator Tools. Das sind ja alles neue Blöcke, die generiert worden sind. Ey, Leute. Nächstes Jahr wird ja dann das Jahr von Minecraft werden. Oh. Axo Lortl. Dinger, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ey, wisst ihr, wie süß die sind? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Dinger. No way. Der hat meinen Skin. Der hat meinen Skin an. Guck mal. Okay. Lass mal ganz kurz mal Spark im Video reingucken. Ganz kurz. Da müssen wir mal ganz kurz reinschauen. Hey und willkommen zu einem neuen Video. Und heute... Spark, sei mir nicht böse. Ich guck mal ganz kurz hier ein bisschen schneller durch. Die kann man sogar essen. Die sorgen aber auch vor allem dort... Die kann man essen. Die Dinger. Das sind Beeren. Okay, hier sehen wir es also. Hier haben wir komplett... Komplett neue Caves. Guckt mal, wie krass das aussieht. Ey Leute, das ist doch insane. Das Game wird ja nächstes Jahr komplett durchstarten. Das ist ja fucking insane. Macht mal den Hype Train jetzt hier voll. Ich dreh hier gleich durch. Arme nachkommen. Ja, ja. Ja, ja, klar. Alter, hab ich wieder Bock auf das Game. Alter, hab ich wieder... Nach einem sehr, sehr heftigen Wald aus. Bro, wie krass. Oh, Digga, wie das aussieht. Außerdem gibt es dort auch noch Drip-Leaf-Pflanzen. Die sind äußerst interessant. Die können wachsen in der Höhe. Vielleicht ähnlich wie... Ja, so Bohnen. Ja, so Bohnen. Aber... Und die haben ein großes Blatt obendrauf. Und das knickt ab. Man kann sich dort draufstellen. Ich hirio. Na gut, dankeschön für den Hype Train. Ist nicht ganz voll. Danke für deine 500 Bits. Danke. Danke, danke. Oh, das ist ja perfekt für Jump'n'Runs. Carsten, du hast seinen Vater, Junge. Neues Game. Dankeschön für deine 500 Bits. Beat Nox. Dankeschön, Bro. Nach einer Weile fällt man auch herunter, wenn man zu lange draufsteht. Also praktisch ein Blatt, was nur für eine kurze Zeit als... Wie crazy. ...bevor es dann auch schon wieder... Wie crazy, bitte. Und das Ganze wirkt sehr, sehr atmosphärisch und ist inspiriert von irgendeinem schwedischen Maler oder sowas. Das Aspium gibt eine wahre, wunderbare Form. Krass. Kommen wir auch neue Mobs hinzu. Zu denen kommen wir später. Krass, Alter. Als besonders müsste, glaube ich, auch in den Lush Caves zu finden sein. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Okay. Dann als nächstes... Ja, komplett neue Generierung, ne? Ja, Generation. Es gibt natürliche Wasserfälle, die sich dort herabstürzen in unterirdische Seen beispielsweise. Wir haben eine sehr, sehr hohe Decken. Guckt mal, wie das aussieht. Höhe kann wieder variieren. Manchmal gibt es größere Räume, manchmal gibt es kleinere Räume. Ey, das ist doch wild. Es gibt Säulen aus Stein, die die Decke stützen. Das ist doch krank. Das ist doch nicht mehr Minecraft. Wo wir so natürlich geformt werden, wo vielleicht mal irgendwann Strömungen durch... Äh, Dripstone. Dripstone. Tropfsteinhöhlen. Und Caves. What the fuck? Also hier ist das Tropfsteinhöhlen-Bium. Wie krass. Dort wurden Stalaktiten von der Decke... Alter. Alter, Digga. ...boden nach oben. Junge. Ich nenne es jetzt mal Kalksäulen, die das Tropfen von Wasser... Hä, wie krass. Oh, die fallen auch runter. Und die interessante Geschichte ist, dort kann man Wasser aus dem Nichts generieren, was ich nicht verstanden habe. Bei den Stalaktiten kommen so kleine Tröpfchen oben runter und wenn man da einen Kessel drunter stellt, kann man diesen dann auch mit Wasser füllen. Das ist ja insane. Das ist ja insane. Äußerst interessant. Sind aber auch sehr gefährlich, weil die Stalakimiten, die von unten wachsen, sind auch spitz. Und wenn dort beispielsweise ein Mob herunterfällt, dann... ...fucking Spikes. Endlich gibt es Spikes in Minecraft. ...würde es auch sterben. Also in dem Video hat man gesehen, wenn man den Beispiel... Krass. ...dann wird es noch ein weiteres... Was ist das? ...geben und zwar das Deep Dark Biom. Das soll an den tiefsten Tiefen der Minecraft-Welt sein. Ganz genau spezifiziert wurde das... Isabel, dankeschön. ...vermute ich mal sehr, sehr tief, knapp über den Badrock. Badrock-Level halt, ne? Was das Besondere dort ist, da gibt es so viele krasse Sachen. Zunächst mal ist es sehr, sehr duster. Da sind so Kerzen. Sehr, sehr bedrohlich. Da stehen Kerzen. Und dort wachsen... ...es heißt hier Skulk-Gewächse. Was ist das? Also... Das ist ja ein komplett anderes Game. ...kalk ist ein neues Wort. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie übersetzen kann. Und dort gibt es einen Skulk-Sensor. Das ist eine Pflanze oder irgendein Gewächs, welches Vibrationen wahrnimmt. What the fuck? Immer dann, wenn eine Vibration in der Nähe gemessen wurde, gibt es ein Redstone-Signal aus. Boah, das ist ja ultra krass. Ja, wie Wireless Redstone kann man daraus machen? Lol, Digga. Lol, Alter. Mal angenommen, man wirft beispielsweise einen Schneeball daneben oder man setzt einen Block oder baut einen Block ab. Ja, klar. Oder man geht einfach nur da lang. Dann registriert das dieses Gewächs... Digga, das Spiel ist jetzt komplett neu. Oh, ey, guck mal. What the fuck? Beispielsweise ist es auch so, dass man dann von einem oder das eine Vibration... Alter, das ist mein Comeback zu Minecraft auf jeden Fall. ...ein Geräte in der Nähe spürt das und löst auch wieder aus. Wie krank? ... und kann man in der Entfernung auch ein Redstone-Signal weiterhalten. Jedenfalls, was mega, mega genial ist, man kann wahnsinnig viele neue Schaltungen draus machen. Lyrics, Werning, Dankeschön für eure Subs. Vielen, vielen Dank. ... wenn ein Schneeball draufgeworfen wird. Lennox. ... wenn ein Block abgebaut wird und da ist wahrscheinlich noch so viel mehr möglich, an was ich jetzt beispielsweise gar nicht denke. Wenn man schleicht, wenn man sneakt, sieht es so aus, als wenn dieser Skulk-Sensor nicht ausgelöst wird. So kann man sich daran etwas vorbeischleichen. Ebenfalls in dieser Tüte im Deep Dark gibt es ein neues Mob. Und das ist der Warden. Alter. Junge, wie groß ist der Wichser? Und dieses Mob ist ein blindes Mob. Das kann nichts sehen. Ja gut, dann ist der noch nicht gefährlich. Und reagiert ebenfalls auf Vibrationen. No sexual. Das heißt, mal angekommen, du läufst da rum, dann rennt das natürlich auf dich zu, weil es dich sieht oder bemerkt. Aber du kannst es auch ablenken. Das heißt, wenn du selbst keine Vibrationen auslöst und du beispielsweise in einen Schneeball irgendwo auf die Seite wirfst. Das ist ja komplett insane. Dann wird dieser Warden auch hinrennen und versuchen, da wo die Vibration zustande gekommen ist, hinzugehen. Also du kannst ihn damit ablenken. Man sollte auch nicht unbedingt gegen dieses Mob kämpfen, weil das ist extremst heftig. Das macht den meisten Schaden im ganzen Spiel. Wenn ich es richtig gesehen habe. What the fuck? Sechseinhalb Herzen seht ihr das mit einem Hit ab. Aber jetzt kommt, das wurde auch in dem Beispielvideo nicht einfach so gemacht am Spieler, sondern der Spieler hatte dabei eine komplette Netherite-Rüstung an. Digga, das ist ja komplett OP. Digga, das ist ja komplett OP. Die heftigste Rüstung im Spiel und das Vieh hat den Spieler getuhittet. Das ist richtig, richtig heftig. Man muss halt gucken, wie viel Leben das hat. Holy shit, Digga. Digga, das ist ja komplett OP. Das kann man doch nicht machen. Das kannst du doch nicht in ein Kinderspiel reinpacken. Du kannst doch nicht einfach Trimax Vater da reinpatchen, der alle one-hittet. Gefährlich aus. Digga, der one-hittet ja einfach mit einer Netherite-Rüstung. Das ist ja OP. Intention dahinter, der Spieler sollte so ein bisschen an seine Anfänge erinnert werden, wo draußen alles böse und duster war, als die ersten Ops rauskamen. Und dass man vielleicht nochmal wirklich einen richtig gefährlichen Gegner bekommt. Wie krass. Als nächstes machen wir weiter. Das ist nicht nur das Caves-Update, sondern auch das Cliffs-Update. Oh, Clippen, Digga. Hey, Moritz freut sich. Bergbiom-Update. Bergbiom, das ist doch nicht mehr da. Also, Digga, ich komm nicht mehr, klar. Hatten wir ja letztes Jahr dafür gestimmt, dass das gemacht werden soll. Als nächstes soll das Bergbiom überarbeitet werden. Was die GHG-Content? Worden mit einem Holzstock töten. Zack, da sind wir. Es wird jetzt ab sofort... Fucking Ziegen. Ziegen, Alter. ...die auf Bergen leben. Und diese Ziegen können dich auch vom Berg herunterschubsen. Digga, wie abgefuckt. Geil. Ich will unbedingt eine Ziege haben, damit Trimax nerven. Ich seh mich da jetzt schon. Und zack, hauen dich einmal vom Berg runter und schubst dich da runter, wenn du denen am Weg stehst. Ey, wie krass. Also, wenn du an der Klippe stehst, ne? Also, die können sehr, sehr böse sein. Außerdem können sie extremst hoch hüpfen. Es sah irgendwie aus wie Jump Boost 4 oder 5. Die Ziegen hüpfen 3, 4 Blöcke in die Luft. Krass. Sieht ein bisschen skurril aus. Finde ich auch ein bisschen too much. Kann mir vorstellen, dass sie ein bisschen runtergestellt sind noch. Aber, ähm, ja. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Digga, wie geil. Eine bessere, äh, Berggenerierung. Digga. Die Berge sind ein bisschen spitze, wenn ich das so gesehen hab. Die sehen jetzt mal richtig aus wie Berge einfach. Dort gibt's auch Eis oben, vor allem drauf. Die Berge sollen Eis spitze haben. Auch neu. Und es gibt auch einen neuen Block, mehr oder weniger, nämlich Pulverschnee. What the fuck? Kokain einfach. Und der sieht aus wie ganz normaler Schnee. Und wenn man da als Spieler oder als Mob drüber läuft, dann wird man da im Einsehen oder durchfallen. Und damit kann man wiederum Fallen bauen, was auch nochmal sehr interessant sein kann. Und wie das genau aussieht. Man kann durch Pulverschnee durchkommen, Alter. What the fuck? Dann kommen wir nochmal von den neuen... Snowboards und Skier, Digga. Ich schwör's, Digga. Snowboard. ... in Biomenorten zu auch neuen Blöcken und Items. Unter anderem gibt es jetzt unterirdisch... Amethysten. Mhm. Also Gestaltformationen, wo man rein kann. Und dort drinnen befinden sich Kristalle. Okay. Aber wofür... Genauer gesagt Amethystkristalle. Das sind Amethystgioden. Wofür braucht man diese Kristalle? Neue Rüstung. Und geht darum... Iced out Hülle, da wohnt Justin. ... dass man etwas entdecken möchte in der Minecraft-Feld, dass man was Neues zu finden hat. Ja, ja, klar. Und diese Kristalle sind eher selten. Also die Gioden gibt es nicht sehr, sehr häufig. Man hört auch ein Geräusch, wenn man da drin ist. So ein Klingen, so ein Kristallklingen, sowas in der Art. Seapain. Man kann diese Kristalle auch abbauen. Kuss, Kuss, Kuss. Danke für dein Reset. Freut mich, dass es funktioniert hat mit der Grafikkarte. Es wird nur auf bestimmten Blöcken wachsen, die es in der Geode gibt. Und diese Blöcke in der Geode kann man nicht mitnehmen. Diese Kristalle, die man geerntet hat, kann man mitnehmen. Daraus kann man auch was craften. Dazu kommen wir dann gleich noch. Aha, okay. Aber wenn man neue Kristalle möchte, muss man immer wieder zu dieser Geode zurückgehen. Ach krass. Und warten. Weil die Kristalle dort auf diesen Blöcken in der Geode erneut nachwachsen. Mhm. Also nicht mal mit Silk-Touch und sowas. Es wird aber nicht möglich sein, diese Blöcke, wo die Geoden oder wo die Kristalle draufwachsen, so rum, abzubauen, um mitzunehmen die Base. Krank. Um in der eigenen Base dann Kristalle zu züchten. Finde ich gut. Und das soll so ein bisschen gefördert werden, damit man sich dann vielleicht auch unterirdisch verschiedene Tunnel baut. Also von der einen Geode zur Base oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall werden unterirdische Baisen damit wahnsinnig gefördert. Das sieht sehr, sehr nice aus. Und dann gibt es ein neues Item, was man aus den Kristallen craften kann. Nein, Digga. Halt's Maul. Nämlich ein Teleskop. Dieses Teleskop kann man dann nehmen. Oh, das ist doch nicht wahr. Optifine einfach runterladen. Fertig. Und dann hat man sowas wie einen Optifine Zoom. Äußerst interessant. Man nimmt es in die Hand, macht rechtsklick. Das ist so eine kleine Aussparung auch. Also das Bild wird nicht an sich rangezoomt, sondern wir haben halt einen, ja wie jetzt mal durch ein Rohr. Aber das ist geil. Das ist saugeil. Weil für PvP und sowas ist das übergeil. Und man hat auch eine sehr weiche Sicht, wie man sich bewegen kann. Ich muss sagen, ich würde zwar, glaube ich, immer noch den Optifine Zoom bevorzugen, aber dass das jetzt so in meinem... Aber Optifine Zoom plus das, ist doch geil. ...ein Craft reinkommt, ist sehr, sehr nice. Finde ich cool. Aber wir können das Teleskop nicht allein nur mit den Kristallen craften, sondern... Wahrscheinlich auch mit Kupfer. Komm, sag's mir. Es gibt ein neues Erz. Und mit diesem Erz, das brauchen wir auch, um das Teleskop runter zu craften. Die coole Socke, danke schön, Bro. Aber damit können wir auch noch mehr machen. Es gibt ein neues Metall, nämlich Kupfer. Das ist ein, tja, rötliches Metall. Also diese typischen orangenlichen Kupferfarben hat man am Anfang. Man kann daraus wohl Blöcke machen. Ja, das finde ich halt so krass, dass das einfach oxidiert, Mann. Das ist fucking smart. Das ist so geil, Mann. Ich weiß gar nicht, ob auch Ingots, also ganz normale Barren draus gehen. Das wurde jetzt nicht so ganz klar. Ja, aber man kann daraus auf jeden Fall Blöcke machen. Kupferschwerter und sowas, ne? Stufen, Halbstufen, ganze Blöcke, sodass man daraus Dächer bauen kann. Macht vollkommen Sinn. Weil Kupferdächer sind so geil. Die sehen so krank geil aus. Kupferdächer bauen. Aber jetzt fragt ihr euch, okay, was bringt das denn jetzt, wenn wir ein Kupferdach haben, also aus Metall? Das Besondere bei diesem Material... Wie geil. Das finde ich so krass. Guck mal. ...sangt das an zu altern. Also wenn man sich mal einen Zeitraffer dann reinzieht, dann kann man sehen, wie sich das, wie das Metall oxidiert und eine türkise Farbe wechselt. Krass, Mann. Krass, Mann, krass. DRZ 73-91-84-7. What the fuck wrong with your name, Bro? Dankeschön für deinen Sub. Kuss, vielen, vielen Dank. Digga. Das ist ja insane. Das ist ja insane. Die waren allerdings am Anfang mal orange oder halt dieses typische Kupferfarben, das hell-orangenliche Kupferfarben. Wie geil. Äußerst, äußerst, äußerst interessant. Wie krass. Jetzt geben wir uns auch die Möglichkeiten, aus Gold und sowas Stufen zu machen. Oder aus Eisen bitte auch. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, bis das passiert. Also das wird nicht innerhalb von ein paar Nächten jetzt passieren, sondern damit soll man dann einfach auch erkennen, wann eine Minecraft-Welt wirklich alt ist. Alter. Ja, ja, klar. Wie krass. Wie krass. Hat fünf Stufen oder sowas, ne? Ja, ja. Krass, Digga. Sehr, sehr interessant. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Digga, das ist anders krank, oder? Dann gibt es aber auch noch etwas, was man verwahrten kann aus Kupfer. Nämlich einen Blitzableiter. Digga, jetzt tut mir leid. Ganz kurz. Jetzt ganz kurz. Was Blitzableiter? In dem Livestream kam so ein bisschen das Thema auf, ob es Naturkatastrophen mal geben wird. Also sei es Wirbelstürme oder Fluten oder sonst irgendwas. Bitte? Und es geht mehr so da in die Richtung, dass das nicht erwünscht ist, sondern wenn etwas Schlimmes passiert, sei es eine Naturkatastrophe oder ähnliches, dann soll das immer mit einem Spieler zusammenhängen, der irgendwas gemacht hat. Also wenn was in die Luft gesprengt wird von einem Creeper, dann war da höchstwahrscheinlich ein Spieler dran schuld, weil ansonsten würde ich explodieren. Es ist nicht frustrierend, wenn Dinge kaputt gehen, ohne dass man darauf selbst einen Einfluss hat. Das könnte nämlich einen den Spielspaß nehmen. Aber was, also wofür braucht man dann diesen Blitzableiter? Kann der Strom erzeugen? Jetzt kriegen wir jetzt Strom in Minecraft oder was? Ghost Raxos, danke schön für deinen Reset. Kuss, vielen, vielen Dank. Und deswegen, das Einzige, was im Spiel... Wir wollen Vertical Slaps, ja, true. ...drin ist, ist beispielsweise ein Blitz. Der kann ja irgendwo einschlagen. Beispielsweise ein Craftinger, auch viel mit Holz gebaut. Und da ist auch mal ein Blitz tatsächlich auch eingeschlagen. Hat den darunterliegenden Villager so eine Hexe verwandelt und ließ dann die Sporen und solche Sachen. Zum Glück ist die Bude nicht abgebrannt. Ich vermute mal, der Regen hat das auch gleich wieder gelöscht. Aber tendenziell können Blitzeinschläge dafür sorgen, dass ein ganzes Holzhaus abbremt. Und das ist schlecht. Deswegen werden Blitzableiter hinzugefügt. Die kann man aus Kupfer herstellen. Okay, funny. Sammeln dann alle Blitze und dann ist das so, dass sie nicht mehr in die Gebäude einschlagen. Wäre geil, wenn man dann den Blitz einfach auf irgendwen anders leiten könnte, oder? Sondern direkt abgefangen werden. Wir machen noch weiter mit neun spannenden Neuerungen. Es gibt auch noch ein neues Mob. Dazu kommen wir gleich noch. Davor gibt es aber noch eine andere Sache, die ihr auch bestimmt schon seit Ewigkeiten in Minecraft erwartet habt. Nämlich, das Inventar in Minecraft ist zu klein. Der Gorilla. Dankeschön für deinen 29-Monaten-Support. Kuss auf dein Auge. Dankeschön, Digga. Lange Zeit am Start. Ehrenbruder. Neue Blöcke. Dankeschön. Blitz auf Patrick. Das Inventar bleibt aber schon seit Ewigkeiten immer gleich groß. Das kann gegebenenfalls zu Problemen führen. Und deshalb gibt es dafür jetzt... Das Inventar ist größer. Nein. Kein Rucksack, nein. Sondern Bundles. Ah, Säcke. Also Beutel in diesem Sinne. Und äußerst interessant dabei ist, sie können verschiedene Items lagern bis zu einem Volumen von einem Stack. Also mal angenommen, du hast acht Blumensorten mit jeweils acht Blumen auf dem Stack. Ja. Dann kannst du diese acht mal acht, also 64 Blumen insgesamt mit acht verschiedenen Sorten in ein Bundle hinzufügen. Ah, okay. Das ist stark. Das ist gut. Das ist nice. So, hey. Dankeschön für deinen Zap. Kuss. Ist das erstmal so? Hört es jetzt so an wie eine Art Dekorationsbeutel. Ja, ja, ja. Also Reitens, die du nicht oft im Inventar hast. Klar, klar. Oder Lagerfeuer oder sowas, was für Dekorationen nutzt. Oder gut, Traptos kann man da so viele drin haben. Oder einige Pflanzen und Gräser und was weiß ich nicht, alles hier in Blumen und sowas. Das kann man jetzt in einem Beutel sammeln. Insgesamt, wie gesagt, solange es nicht mehr als 64 Items sind, passen die alle da rein. Und sie belegen dann keinen oder belegen die das Items. Crazy, das ist stark, das ist stark, Digga. Das ist richtig gut. Das ist ein paar Slots sozusagen. Aber letzten Endes kann man trotzdem nicht mehr als 64 Items dort reinlagern. Es gibt auch einen Balken, der zeigt unten drunter an, wie voll dieser Beutel dann am Ende ist. Finde ich geil. Es ist zumindest eine kleine Verbesserung zum Inventar. Aber es löst keine Schalkerboxen ab, weil in eine Schalkerbox kommen immer stackweise Items rein. Wenn ich zwei Stackssteine habe, die würde ich nicht in einen Bundle reinkriegen. Absolut nicht. Einzel Stein würde einen Bundle komplett schon auffüllen. Ja, das heißt, wir haben jetzt nicht so eine quantitative, sag ich jetzt mal, Verbesserung des Kass, sondern können einfach den ganzen kleinen Scheiß einfach Einzelitems besser lagern und speichern. Bro, 64 Säckchen, einen Sack rein, Pock, Digga, Werning. Haltet euch fest, das Beste kommt zum Schluss. Jetzt kommt aber noch mal ein weiteres System. Trimax wurde gebannt. In Minecraft. Bundle in Schalkerboxen, let's go. Legies hinzugefügt wurde dazwischen. Ein Stack Schalkerboxen in Bundles. Gleich. Ja, kann man ja nicht stacken. Nämlich Archäologie. Bitte? Bitte? Archäologie? Digga, was? Es wird ein neues Archäologie-System geben. Und da gibt es verschiedene Archäologie-Sites, die man entdecken kann, der Minecraft-Welt, die man zufällig finden kann. Ich vermute mal, so selten wie Dungeons oder vielleicht sogar noch seltener. Und dann kann man sich dort eine Brush besorgen oder craften oder herstellen, also eine Bürste. Und dann kann man an diesen Archäologie-Sites hingehen und das Geröll säubern mit der Bürste. Man kann da drüber fegen und dann werden gegebenenfalls Items freigelegt, die dort drin liegen. Alter, was? In archäologisch wertvollen Städten. Man kann zum Beispiel sein, dass ein Handblock da drin liegt oder ein Emerald-Block oder vor allem auch Tonscherben. Die kann man in Stein oder nicht in Stein, unbedingt, sagen wir mal, in Kies oder in Erde finden, die man wegbürsten kann. Und diese Tonscherben kann man dann sammeln, nehmen und später für was weiteres verwenden. Man kann nämlich eigene Tontöpfe herstellen. Digga, was ist denn jetzt los? Was geht denn jetzt ab, Digga? Also jetzt mal. Die man dann mit diesen gefundenen archäologischen Scherben dekoriert, damit dort etwas Schönes draus wird. Diese Rohtöpfe kann man dann wahrscheinlich mit Lehm craften. Die werden dann auch über einer Flamme platziert. Jo, 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 jo. Was geht? Dankeschön für deinen Subkuss. Vielen, vielen Dank. Da brennt und dieses Feuer sorgt dann dafür, dass dieser Tontopf durchgebacken wird. Okay, was bringt es? Also ist halt schön, ne? Dass man außen dran gesetzt hat. Sagen ich mal, aber. Man kann den wahrscheinlich für andere Dinge verwenden. Das ist schon mal interessant, aber auch vor allem dass man sowas kriegt, wie mal eben den Emerald-Block oder Diablock meine ich am Anfang mal kurz gesehen zu haben. Das hört sich extremst heftig an. Eine gute Möglichkeit, um nochmal anderweitig an seltene Ressourcen zu kommen. Fichte, 3, 1, 3, 1. Dankeschön für deinen Subkuss. Digga, das ist ja komplett verrückt. Das ist ja komplett verrückt. Und als nächstes ein neues, großes Highlight. Es gibt nochmals ein neues Mob. Da habe ich euch jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen anerst. Wieso hat der die giftige Kartoffel im Inventar? Kann man jetzt mit der giftigen Kartoffel was machen, Digga? Danke gehalten, nämlich ein Axolotl. Falls ihr wisst, was das ist. Ja, Digga, die süßesten Tiere der Welt. Ich glaube, am ehesten kann ich es beschreiben mit einer Art Höhlenmolch. Oh, guck mal, Digga, wie süß. Sina Annaun, Dankeschön für deinen Recept. Vielen, vielen, vielen Dank. Willkommen, was geht? Oder Flussmolch, irgendwie sowas in der Art. Alter. Zur Not googelt mal, was das genau für eine Kreatur ist. Die gibt es auch in echt und diese soll es dann, so wie es aussieht, in Höhlen geben. Wie süß, Digga. Und die sollen dort unter Wasser schwimmen. Die gibt es in verschiedenen Formen. Guck mal, Alter, wie süß ist das denn bitte, Digga? Also Farbenzumel, einfach ein neues Game. Sagt einer gerade, Wasserkatze? Ja, gut. Schon und äußerst interessant. Man kann diese mit einem Wassereimer auch einsammeln und mittragen, ähnlich wie die Fische. Also, sie leben in diesen Lush Caves drin, kann man einem sammeln, mitnehmen, aber sie können dir auch folgen, beispielsweise im Ozean. Du kannst sie dort eintüten, mitnehmen, dann, ich vermute mal, sie sind dann auch schon gezähmt und wenn du dann im Ozean schwimmst, dann schwimmen dir alle deine Axolotl, die du vorher eingesammelt hast, mit hinterher. Was machen die? Es wird auch beschrieben als gefährlicher Raubjäger, also als Predator. Das heißt, sie sind eigentlich, naja, Raubtiere vielleicht nicht ganz, aber sie kämpfen für dich. Lol, what the fuck, Digga, das ist ja saugeil. Das Interessante ist, beispielsweise ein Unterwassertempel oder sowas, ja, wenn du dann ein gegnerisches Mob dann angreifst, dann greifen diese Axolotl mit an, also praktisch wie crazy, man. unter Wasser. Wasser, aber mit Hund unter Wasser atmen. Personenschutz einfach. Was ganz, ganz besonders ist jetzt, wenn diese Axolotl dann Schaden bekommt, dann spielt er tot. Er tut so, als wäre er tot. Was für ein Scheiß. feindliche Monster greifen ihn dann nicht weiter an und in der Zeit, während er Fallfeld, Alter, regenerierte, muss ich wieder regenerieren. Junge. Und dann später wieder zum Kampf dazuzustoßen. Das ist mal extremst interessant, ein extremst interessantes Konzept. Wenn generell neue Mobs hinzugefügt werden, hatten sie auch gesagt, ja, dann, dass Mobs halt immer eine gewisse Funktion haben, nicht einfach nur eine dekorative. Und auch wenn man stark besonders gefährdete Arten hinzunimmt, wie zum Beispiel auch schon die Pandas, dann kann man da auch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema oder auf das Tier lenken. Ja, krass. Das ist vielleicht auch für den Man muss sich mal vorstellen, wie viele Mobs es mittlerweile in Minecraft gibt. Allerdings, das habe ich noch nie gesehen, den habe ich noch nie gesehen, ein dreckiges Schwein, die Kuh habe ich noch nie gesehen, diesen Schlüssel habe ich auch noch nie gesehen. Also vielleicht kann mich kurz jemand aufklären. Habe ich da irgendwas verpasst? Wie heißt der fette Hurensohn hier? Den Artenschutz passiert, weil einfach die General Awareness steigt. Leute, das ist mega, mega, mega cool. Krass, 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 krass. Minecraft Dungeons, okay, okay, okay. ...details, die noch zu erledigen sind. Erstens, die Stalaktiten aus den Rips und Caves, die können auch herunterfallen und wenn die herunterfallen, machen die ebenfalls Schaden an Entities. Okay. Also gefährlich, sich dort drin zu bewegen und ich habe auch noch gesehen, in dem Clip, wo es um den Worn geht, dort gibt es Kerzen, die dort stehen, also als neue Lichtquellen. Kerzen sind cool für Romantik, wenn ich Date mit Reef machen möchte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ganz gut. Dann kann ich mich mit Antonia in so eine Badewanne mit Kerzen setzen. Wenn sich wahrscheinlich... Smart Head, oder? Eins in den Chat, wenn ihr das wollt. ...auch irgendwie herstellen können. Was dann vielleicht auch nochmal ganz geil ist, auch für Bau und für Dekoration und vieles mehr. Ja gut, das ist wohl offensichtlich, dass ihr das alle wollt, ihr kleinen perversen Schweine, Alter. Im Anschluss kommen wir jetzt nochmal zu dem neuen Mob, welches von der Community hinzugefügt wurde. Es geht ja darum, dass wieder drei Mobs zur Auswahl standen. Ich habe die vor einer Weile in einem Video auch mal kurz vorgestellt, wofür ihr abstimmen konntet auf Twitter während des Live-Ends. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Gewonnen hat der Glow Squid. Geleuchtender Tintenfisch. Ja, what the fuck, Alter. What the fuck, Digga. Nicht die gelbe Kuh mit den Blumen oben drauf, auch nicht der Ice-Oledger, der mit, ähm, ja, Eisklötzen um sich wirft, sondern gewonnen hat. Warum das denn? Warum hat denn dieser dumme Tintenfisch, Digga, was ist das denn? Was für ein Müll? Bro, ich will doch lieber einen Badass haben, der so einen Stein wirft, Alter, als so ein... Aber auch nur mit relativ knappen Vorsprung, so zweieinhalb bis drei Prozent. Der Glow Squid, also ein glühender Tintenfisch, der hypnotisiert. Was auch immer da ist, genau jetzt mit auf sich hat, oder wie die Features er haben wird, steht noch nicht fest, das wird sich zeigen, aber ihr habt... Bro, dieses Game ist einfach unfassbar, Digga, ich komm nicht mehr hinterher, wirklich. ...abgestimmt, es wird der Tintenfisch. So, und jetzt bin ich mal gespannt auf den ersten Snapshot, der herauskommen wird. Ihr seid jetzt dran, sagt mir mal Bescheid, in den Kommentaren, was... Da hab ich Bock drauf, also grüße an der Stelle erstmal an Spark, hab ich gar nicht abonniert, aber, boah, schnell machen hier, boah. Grüße an Spark an der Stelle, vielen, vielen Dank dafür. Ja, wild, Leute, oder? Also das ist doch mal ein wildes Update. Das ist doch mal wirklich... Da kann man sich doch drauf freuen, Alter. Ich glaube aber leider, wir werden wahrscheinlich bis zu Craft Effect wohl nicht spielen können. Das ist halt so ein Ding. Aber all in all, Alter. Also holy shit, Mashallah, Habibi, darauf hab ich Bock. Muss ich ehrlich sagen, ich freu mich ein bisschen drauf. Ganz ehrlich, hab ich Bock drauf, tatsächlich. Sommer 2021, Alter, natürlich, Digga, was auch sonst.